Wir werden heute als erstes uns erstmal darum kümmern, dass wir neue Bündnisse und strategisch wichtige Ehen abschließen. Ich habe mir hier schon ein paar Charaktere angepingt, die für uns interessant sind. Die Tante ist auch hier dabei, die ist zwar schon 62, aber die wollen wir an unseren Hof bringen, deswegen werden wir sie hier einladen. Ansonsten sind hier sehr viele unterschiedliche Charaktere dabei, Kinder von uns, aber auch Neffen und Enkel und alles mögliche. Also 8 Ehen, die wir abschließen werden. Wir werden aber nicht nur das tun, sondern wir werden auch schauen, dass wir vielleicht durch Vassalisierung uns da ein bisschen besser stellen, unser Gebiet erweitern. Beispielsweise die Grafschaft. Zerbrücken ist da sehr interessant, denn wenn wir uns das anschauen, fehlen hier nur 7 Punkte, bis wir hier tatsächlich ihn Vassalisieren könnten. Das könnten wir eventuell erreichen, wenn wir hier ein Geschenk versenden. Das werden wir mal machen und das dürfte reichen, ja. Das reicht, niedrige Feudalpflicht, damit ist er jetzt auch unser neuer Vassal. Wir lassen mal kurz weiterlaufen, damit das schon mal angenommen wird und dann werden wir uns hier gleich um die Hochzeiten kümmern. Okay, sie ist an unseren Hof angekommen, sehr schön, wunderbar. Sie werden wir jetzt nicht nochmal verheiraten. Und er hier ist jetzt unser Vassal, hier der von Zerbrücken. Auf jeden Fall, die Grafschaft Zerbrücken gehört jetzt auch zu unserem Reich. Wir werden jetzt hier diese 8 Charaktere, wir werden mal kurz hier die Margarete hier wieder rausnehmen, damit wir diese 8 Charaktere durchgehen. Und dann werde ich euch die Ehepartner präsentieren. Ehe Nummer 1, die wir abschließen werden, ist unsere Tochter Katharina. Sie dürfte an dritter Stelle sein. Ne, sie ist gar nicht in unserer Erbfolge drinnen, wenn ich mir das so anschaue. Ähm, aber das ist wie gesagt unsere Tochter und sie werden wir verloben mit, äh, Beofrith, ihren Karsson-Depochair. Ähm, das bringt uns ein Bündnis mit, äh, Genua, also mit der Karschaft Genua. Die haben 1160 Truppen. Ähm, er ist da auch in der Erbfolge drinnen. Könnte aber eventuell auch hier irgendwann hier das Earl-Tum von Leon und hier, ne, das ist auch wieder Genua, ähm, involviert sein. Ein Materialnier, ähm, dadurch, dass, damit wir da unsere Dynastie früher oder später ebenfalls, äh, äh, platzieren. Das heißt, wir haben Krieg hier im Süden, also hier im Norden Italiens, äh, einen weiteren Verbündeten. Das werden wir machen und dann gucken wir die nächsten Charaktere. Nächster Charakter ist unser Sohn und Spielererbe. Und zwar werden wir ihn ebenfalls verloben und zwar an Blanca Sebastian, Sebastian, doch der Van Camerici. Das ist die Tochter des Grafen von Dortmund. Jetzt denkt man so, okay, Graf von Dortmund. Und der Graf von Dortmund, der hat 2900 Truppen. Der ist sehr, sehr mächtig. Ist auch ein unabhängiger Herrscher. Damit hätten wir einen weiteren starken Bündnispartner. Eventuell, äh, wir sehen ja hier Blancas an dritter Stelle, was die Erbschaft angeht. Das heißt, durchaus, äh, nicht ausgeschlossen, dass sie da mal irgendwas erbt. Er hat hier auch sehr viele Grafschaften, wenn wir uns das anschauen. Also, wenn da mal irgendwie was mit seinem Sohn passiert, könnte es gut sein, dass sie da auch ein paar Titel abbekommt. Das werden wir auf jeden Fall so machen. Wir werden aber gleichzeitig noch hier einen Ausbildungsschwerpunkt auswürfeln. Ähm, das ist hier noch nicht passiert. Wir haben eine 5 gewürfelt. Das heißt, hier lustigerweise Diplomatieausbildung. Vormund haben wir da schon jemanden ausgewählt. Okay, dann ist das schon mal fein. Nächster Charakter ist unser Neffe Ludolf. Äh, elf Jahre jung, ähm, ist, äh, der Sohn unserer Schwester. Und da hätten wir als Charakter Alberade von Währingen. Sie ist die Tochter des, äh, der Herzogin von Transjuranien. Äh, Transjuranien ist hier direkt südlich hier von Burgund, also auch noch unabhängig. Ähm, und sie wäre an dritter Stelle, was die Erbschaft angeht. Also auch durchaus im Bereich des Möglichen. Deswegen auch hier ein guter Charakter. Nächster Charakter, Neffe Udalrich. Ebenfalls Sohn unserer Schwester Ute. Er wird hier verlobt mit der Prinzessin Bilbelases von Aquitanien. Das ist die Tochter des Königs von Aquitanien. Sie ist tatsächlich auch, was da angeht, an der dritten Stelle der Erbschaft. Also ebenfalls, äh, durchaus möglich, dass sie da irgendwann mal vielleicht in Verantwortung kommt. Ähm, nichtsdestotrotz würde uns das aber eine gute Position geben. Leider kein Bündnis, aber man kann ja trotzdem schauen, was vielleicht daraus wird. Als nächstes unsere Nichte Hedwig. Äh, sie ist die Tochter unseres, äh, Bruders, Thomas. Ähm, sie ist schon 16 und wir werden sie verloben mit Lima von Boxberg. Und der hat einen Anspruch tatsächlich auf das Königreich von Ostfrankenreich. Und, äh, er ist auch, äh, der Enkel der früheren Königin Sophia. Ist leider nicht in der Erbfolge drin, in gar keiner sogar. Aber, also zumindest keine, die wir jetzt aktuell sehen. Kann trotzdem sein, dass er irgendwo da auftaucht. Ähm, könnte aber interessant werden. Äh, eventuell wird er ja seine Ambitionen umsetzen können. Oder wir helfen ihm dabei, vielleicht hier König von Ostfranken zu werden. Matrilien, das heißt, unsere Dynastie wird hier weiter vererbt. Nächster Charakter, unser Neffe Thomas, Sohn von unserem Bruder Thomas. Ihn würden wir hier verloben mit Geberga Carling. Sie hat nämlich Ansprüche hier auf das Herzogtum Bayern und Herzogtum Nordgau und diverse Grafschaften. Tauchten keine der Erbfolgelinien auf. Äh, zumindest nicht sehr weit oben. Ähm, aber trotzdem auch hier die Möglichkeit, das früher oder später vielleicht umsetzen zu können. Oder vielleicht werden die das jetzt selbst machen. Deswegen werden wir das so tun. Vorletzter Kandidat, Hammer, unsere Enkelin. Ähm, sie ist hier in unserer... Ja, sie ist an dritter Stelle aktuell. Auch sie Matrilien verheiratet, äh, oder verlobt an Cloutère Carling Vaucouleur. Das ist der Enkel von Herzog Jasper, das ist der Herzog von Bar. Und da ist sie auch an dritter Stelle. Er könnte also... Also er ist auch an dritter Stelle. Das heißt, er könnte ebenfalls irgendwann in Verantwortung kommen. Deswegen werden wir das so abschließen. Und dann bleibt noch unsere Enkelin Hildeburg, äh, an vierter Stelle. Und sie würde hier Matrilien verlobt werden an Redwald Rufferson, Zertesing Lunden. Ähm, und zwar hat er einen Anspruch auf das Kleinkönigreich von Ostsachsen. Ähm, er taucht auch an dritter Stelle da auf. Ebenfalls ein guter Kandidat. Infiltratoren. Mir kam zu Ohren, dass einige Gemeine meines Reichs nach Colmar ziehen, wo mein Vasallgraf Ludolf residiert. Ortsansässige, die mich loben, auch wenn sie zugezogen sind, können sicher nicht schaden, dabei seine Meinung von mir zu verbessern. Ja, wir versuchen ja hier die Meinung mit unserem Vasallen zu verbessern. Den haben wir ja neu dazu bekommen. Genau, wir werden ein bisschen Gold ausgeben, das ist kein Problem, das machen wir. Wir haben jetzt im Übrigen, äh, neue Bündnisse, wie wir das auch hier sehen. Mittlerweile haben wir insgesamt eine zusätzliche Stärke durch unsere Bündnispartner von 8700. Das ist schon einiges. Das heißt, das können wir definitiv nutzen, um unsere Ziele durchzusetzen. Die ganzen Ehen sind angenommen worden. Das ist ebenfalls gut. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir als erstes vorgehen? Ähm, wir gucken erstmal hier direkt in der Umgebung nach, wen wir vielleicht noch Vasalisieren könnten. 62. Anderer glauben, ist zu schwierig, da bringt auch kein Geld. Hier hätten wir die Lombardei, ist aber ebenfalls katholisch, wird also eher nicht möglich sein. Äh, Ellenhardt ist in einem Krieg, wird ebenfalls nicht möglich sein. Ah, okay, Graf Hunfried versucht gerade schon dorthin zu expandieren, also unser Vasall. Von daher ist das ebenfalls kein Problem. Wir haben hier noch die Grafschaft Hohenberg. Damals auch mal in unserem Besitz, können wir tatsächlich ebenfalls, oder würde sogar hier normale Feudalpflichten nehmen. Machen wir das mal. Das heißt, wir kriegen auch hier wieder ein Gebiet zurück, was mal in unserem Besitz war. Kleve 13. Das heißt, wir könnten hier eventuell auch Geld rüber senden und dann dürften die sich auch uns anschließen. Machen wir das mal. Wir machen das ebenfalls. Niedrige Feudalpflichten. Das heißt, wir kriegen da auch nochmal zwei Vasallen zurück, mehr oder weniger, die mal zu uns gehört haben. Rabant in 30, könnte man hinbekommen. Antwerpen 100, das ist zu viel, weil zu weit weg angeblich. Gut, das heißt, erstmal holen wir uns diese Vasallen zurück. Das heißt, das hätten wir schon mal hinbekommen. Jetzt ist die Frage, wie wir weiter vorgehen. Dortmund ist unser Verbündeter. Er wird sich nicht Vasalisieren lassen. Minus 45 ist nicht ausgeschlossen. Aber wir sind aktuell noch zu schwach, weil der ist ja wirklich stark. Das heißt, wir müssten da auf jeden Fall auch investieren in unsere Armee. Haben wir da überhaupt noch Möglichkeiten? Nee, eigentlich nicht. Außer wir upgraden hier noch ein bisschen was. Das könnten wir machen mit 90. Genau, da haben wir jetzt mal ein bisschen Geld ausgegeben, um unsere Truppen ein bisschen zu stärken. Das heißt, jetzt ist die Frage, wo könnten wir expandieren? Wir können aber erstmal gucken, welche Kriege wir denn erklären könnten. Gegen Westfriesland könnten wir Krieg führen. Westfriesland, das wäre das hier. Weil Graf Konrad da einen Anspruch hat. Okay, das wäre ein Krieg, den würden wir sehr, sehr einfach gewinnen. Würde ich tatsächlich auch so angehen. Wobei auch hier ist auch die Möglichkeit, das ohne Krieg hinzubekommen. Aktuell haben wir nicht genug Geld, um das zu machen. Behalten wir uns mal im Hintergrund. Westfranken. Wir könnten Herzogs... Achso, da könnten wir das hier erobern. Ja, oder nee, wir könnten sogar mehr erobern. Also Ansprüche von Beatrix oder Beatrice. Ja, aber das ist... Könnte man, aber für so eine Grafschaft ist das ein bisschen zu wenig. Turin. Graf Ulrich hätte einen Anspruch. Ah, Vasallenzwang. Okay, wir würden also Turin zwingen, unser Vasall zu werden. Halten wir auch im Hinterkopf. Das gilt wahrscheinlich auch für die Lombardei. Genau, Vasallenzwang. Das sind alles so Sachen, die haben dann nicht wirklich eine Chance gegen uns. Das ist Oberhäuptling von der Provence. Oh, schaut mal. Ja, ist muwaladistisch, ein muslimischer Glaube. Das ist auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Nicht nur hier der waldensische Glaube hat sich hier relativ stark gefestigt, sondern der, also dieser muslimische Glaube, also der muwaladidische Glaube, hat sich auch hier so ein bisschen ausgebreitet, auch hier in Italien, was sehr interessant ist. Das gleiche gilt auch hier hinten mit dem kabaritischen Glauben. Das ist ja ein jüdischer Glaube. Und was auch interessant ist, hier hat sich so der asadruische Glaube so ein bisschen gefestigt, also dieser nordische Glauben. Wollte ich euch auch nur mal kurz noch zeigen. Genau, wir waren ja gerade hier, den Oberhäuptling, da könnten wir einen Religionskrieg führen. Das heißt, da könnten aber andere mitmachen. Für eine Grafschaft ist das ein bisschen wenig. Wir könnten für das Königreich Burgunte, das macht wenig Sinn, weil beide haben wir nicht. Das heißt, wäre unsinnig und wir brauchen da mehr Glauben. Dann haben wir Brabant, da könnten wir ebenfalls Vasallenzwang durchführen. Der wäre schon ein bisschen härter, aber ebenfalls durchaus machbar. Antwerpen, genau das gleiche Prinzip. Vasallenzwang, Herzog, Baldevin von Niederlothring. Welche Ansprüche hätten wir? Das Herzogtum Niederlothring. Das heißt, wir könnten das Herzogtum, was mal in unserem Besitz war, wieder in unseren Besitz bringen. Das wäre ein starkes Herzogtum, doch einiges an Truppen. Er hat auch aktuell gar keine richtigen Erben, wenn man sich das so anschaut. Das würde uns wieder wesentlich stärker machen. Ich glaube, das könnte unser erstes Ziel sein. Das dürften wir auch relativ gut hinbekommen. Okay, wir werden als erstes, wahrscheinlich hier mit Niederlothring, würde ich sagen, dass wir das erstmal wieder unter unsere Kontrolle bringen. Das heißt, das werden wir sofort tun. Das kostet 250 Prestige. Wir werden den Krieg erklären und uns diesen Titel wieder zurückerobern. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier erstmal 1500 Truppen, aber die haben ja durchaus mehr. Wenn das mal wieder kleiner machen. Stimmt, wir können natürlich auch noch hier unsere Hausmitglieder mit reinrufen. Hier Graf Ugo von Oxer oder Ugo, weil er ist ja hier schwäbisch. 1200. Könnten wir machen. Frage, ob die schnell nach oben kommen. Naja. Ich würde sagen, wir rufen hier auf jeden Fall Dortmund mit rein. Das sollte eigentlich auch reichen. Die anderen möchte ich jetzt nicht beklagen, weil das kostet auch wieder mal Prestige. Wir würden die Truppen, wir haben einmal hier einen Sammelpunkt, wir haben einmal hier einen Sammelpunkt und hier im Süden. Wir könnten nämlich hier oben, nämlich auch noch, aber wir können das ruhig hier machen, das ist eigentlich egal. Dann machen wir das hier. Wie gesagt, ich will nicht zu viele davon machen, weil das ist irgendwie merkwürdig. Okay, sammeln wir erstmal die Truppen. Unser Bündnispartner ist mit drin. Okay, sehr schön. So, hier haben wir alle Truppen. Jetzt gucken wir mal, haben wir einen guten Befehlshaber. Wir könnten rein theoretisch selbst kämpfen, aber ich glaube, wir sind nicht der Kämpfer. Also das glaube ich nicht. So, ihn können wir nicht einsetzen, weil er befindet eine andere Armee. Aber warum? Ah, der wird wahrscheinlich irgendwo selbst, ja, er kämpft irgendwo selbst, dann können wir ihn logischerweise nicht einsetzen. Das heißt, wir setzen gerade aktuell unseren Schwager ein. Ja, hoffen wir mal, dass er, dass er sich gut anstellt. Okay, dann ziehen wir mal gen Norden. Und schauen, dass wir das hinbekommen. Das dürfte auch eine relativ, also wie gesagt, das ist eine relativ starke Expansion, die wir da durchführen. So, die belagern Klebe. Wenn wir uns mit denen verhauen, können wir tatsächlich versuchen, hier eine Schlacht zu schlagen. Die werden nämlich sich jetzt auch gleich verbünden. Und wir kriegen ein neues Kind in der Dynastie. Unsere Tochter hat hier Bin Hilde zur Welt gebracht. Ich denke, wir akzeptieren den Namen. Wir könnten natürlich auch einen Verwandten benennen. Wie sind wir da? Sind relativ gesellig, treuherzig, ehrgeizig. Ich denke, wir akzeptieren einfach den Namen. Wenn die das so wollen, dann ist das in Ordnung. Das heißt, wir werden hier nochmal für sie auswürfeln. Eine vier. Und werden dann hier noch, nee, nicht Diplomatie, sondern Bildung. Und wir werden uns jetzt nicht um sie kümmern. Das werden wir vielleicht bei anderen Kindern machen, aber jetzt nicht so bei ihr. Unsere Tochter kümmert sich darum. Okay. Lassen wir kurz weiterlaufen. Damit wir hier noch die Schlacht schlagen können. Eigentlich könnten die theoretisch die sogar alleine schlagen, aber wir ziehen jetzt hier rüber. Chancen sind ausgeglichen, weil die mehr Truppen haben. Ich glaube, dann ist es noch nicht aktualisiert mit diesen Truppen. Seid gegrüßt, Herzogin Hämmer von Elsass. Ich habe Gutes über euch gehört und wäre an einem regelmäßigen Briefwechsel interessiert. Hoffentlich seid auch ihr dieser Idee zugetan. Ich freue mich auf ihre baldige Antwort. Natürlich. Wir sind ein geselliger Typ. Er ist inzüchtig. Schön. Ja, wir werden auf jeden Fall hier anfangen mit dem Briefwechsel. Die Truppen kommen erst später dazu, aber das dürfte nicht so viel ausmachen. Genau, da sind wir erst mal im Nachteil, aber jetzt haben wir das hier quasi wieder übernommen. Über welches Thema werden wir reden? Wir werden über Freundschaft, denke ich. Das passt ganz gut zu uns. Wir sind ja ein geselliger Mensch. Freuherzig. Ränge das Freundschaft und so was, ein ganz gutes Thema. Okay, die Schlacht gewinnen wir. Ihr habt mich gründlich falsch eingeschätzt, wenn ihr meint, eure Kriechereien bringen euch weiter. Ich muss feststellen, dass eure Worte so leer sind wie euer Schädel. Unglaublich, dass sich unsere Freundschaft eins so wertschätzt. Äh, ja. Ja. War ja super. Okay, diese Schlacht haben wir gewonnen. Wir haben Leute gefangen genommen. Aber bevor wir hier weitermachen werden, das war es von eurem Rumpas, der Kartoffelritter. Okay.